What the fuck? Wait a second, what is this shit? Seit wann zeigt der Steam denn jetzt an, mit welchen Parametern die Dinger versuchen zu, hä? What is this? Das hat sich grad bei Darkest langsicht auch schon. Es gibt Meditation. What? Seit wann macht Steam das denn? Macht das bei Messenger auch? Ne, bei Messenger macht das nicht. What? Toll, ich hab nicht Messenger gestartet. Ich will Messenger nicht spielen. Ich hab das Ding schon gespielt. Aber ich hab mir die DLC noch nie angeguckt. Aber nicht heute. Gott. Ja, alter, viel geht auch nicht. Vielleicht hier, Fenster schließen. Ja, Programm schließen hat die Klappe. Gut. Let's stand. Wenn sie das nicht beabsichtigt haben oder nicht verstehen, klicken sie auf Abbrechen. Ich versteh das nicht, Steam. Was machst du da? Erzähl mir das bitte. Wo bist du? Warum startest du mit irgendwelchen Parametern? Oh mein Gott. Wo war das? Startoption. Da sind nicht mal welche drin. Was? Was? Es gibt Teams für Steam, ja. Das ist Metro vor Steam. Das ist mit die beste Team ever. Ja, ich würde das gern so starten. Dude, what is this shit? What is this? Hey Kyo, pass auf, es steht da viermal Bloodstained. Okay. Okay. Neustarten. What the fuck is happening? Ich glaub ich weiß was das ist. Hat Steam ein neues UI? Ne, das ist einfach nur Metro für Steam. Das ist ein Steam-Skin. Den ich schon seit Jahrhunderten benutze. Der ist super gut. Sonst ist das jetzt einfach mal übersichtlicher. Ich mein, das ist meine Bibliothek, womit man arbeiten kann. Wenn du das jetzt immer noch machst, ne? Du kleiner, du kleine Drecksau hier, ne? Dann muss ich Steam updaten. Dann weiß ich nicht was das ist. What the fuck? What is happening, man? Warum immer ich? Warum bin ich ein Garant für fucking Bugs? Ich schwör, egal was ich anpacke. Egal welche Software. Es buggt. Wirklich egal was. Es ist unfassbar. Guck mal. Selbe NFF, ey. Ich schwör, wenn ich NFF irgendwie... Oh, guck mal. New get in Dungeon. Alles verpackt. New bekommt Dance Partner. Boah, es wird plötzlich übermächtig. Hatten wir schon alles. Alter. Ich weiß nicht warum. Wollte ich gerade sagen. Sohnein war oft genug dabei. Sohnein weiß, was abgeht. Äh. Achja, sieh. Ich wollte mit der... Ich weiß, wo hier war. Ich musste durch das eine Ding durch, aber ich wusste nicht wie. Und du gibst mir doch immer Tipps, oder? Ne toll, das ist kein Tipp. Das ist fucking Tutorial Shit. Nein, ich brauch dich nicht. Aber was hat ich denn letztes Mal gesagt? Irgendwas von Bücherei, glaube ich. Aber warum sollte ich in der Bücherei irgendwie eine Identifikationskarte kriegen? Also ich glaub zumindest, dass ich einen Pass brauche. Ja, du willst... Warum lag das Game? Oh, jetzt hast du dich... Ah, okay. Das ist, weil du Assets laden musstest, ne? Ja, du bist ja auch nicht auf einer SSD installiert, oder so. Quatsch. Äh, das hier oben war Tod, richtig? Ich glaub das war Tod. Glaub ich zumindest. Es hat definitiv ein paar Dinge auf Portraofon. Was ist mit dir, Top? Ich will keine andere Frisur. Ich mag meine Frisur. Oder? Was haben wir denn noch? Hm. 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 Okay. Wenn du mich nicht weiterbringst, dann maybe, äh, Dingenskirchen? Geh weg Katze. Hier unten ist ne Chest. Wo ich nicht hinkomme. Cool. Geht's hier überhaupt... Ne, wo will ich denn überhaupt hin? Oh ja, das hink. Hier, dein Ernst? What the fuck? Hast du ein Lotto gewonnen? What the fuck? Danke. Ich will zur Bücherei, aber ich weiß nicht mehr wie ich da hinkomme. Da komm ich nicht runter. Und die Bücherei war hier hinten, oder? Wait a second. Hab ich noch Bunny Girl ausgerüstet? Äh, warte, wie konnte man nochmal Bunny Girl aktivieren? Was war das? Oh, ich hab kein Bunny Girl ausgerüstet? Wait a second. Das müssen wir... Da. Ich brauch gar nicht Bunny Girl, sonst bin ich nicht happy. Ich glaub das war hier drüben, oder? Ich glaube... Ja, ich glaub das war hier. Ah, hi. Wie soll man denn darauf kommen, dass man zu dem Typen geht, um den Scheiß zu kriegen? Dein Ernst? Oh, weil er natürlich eine hat. Ja, hab ich. Meine was? Ah, das ist richtig. Dein Kind hat noch keine Fotografie verwendet. Aber... Wenn jemand nahe gekommen ist, wäre es die Kirche. Oh, eine Fotografie! Ich habe eine von diesen. Gut, jetzt. Verpasst. Hahaha. Das einzige was mich an dem Spiel stört ist die Lautstärke der Synchron. Das ist... Hier bist du. Deine sehr eigenen Kredite. Oh, danke dir OD. Weil er ist irgendwie im Vergleich zu ihr super leise. Ich meine klar, er hat eine tiefere Stimme, aber... Deshalb musste ich doch nicht super leise sein. Äh, wo wollte ich jetzt hin? Ich glaube hier unten ging es weiter. Äh, das heißt ich geh jetzt den Gang hier lang und dann... Okay. Trocken wir dann die Scherbe. Oder auch nicht. Doch. Ne. Schade. Äh, komme ich hier hoch? Ich habe das glaube ich schon mal probiert und war... Gescheitert. Ist hier richtig? Äh, ja. Hier runter. 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 Gäh? Äh. So. Ah, scheiße Bilder. Gott, die zwei... Weißt du, ich habe mich letztes Mal gefragt, welchen blonden Noctis äh, wie er mir meinte. Jetzt sehe ich es. Der Tri sieht echt aus wie ein blonder Noctis. Äh, ja Borderlands 3, also die ersten Presser-Typen, typisch haben Borderlands 3. Merkt man doch überhaupt nicht. Ich will nach da unten. Habe ich eine Scherbe mitgenommen? War ich so klug? Ich laufe nämlich vollkommen falsch. Habe ich natürlich nicht. Ich bin ein Vollidiot. Jetzt darf ich wieder hochklettern, weil hier unten geht es nicht weiter. Äh, aha. Das Ding ist halt, ich habe ein bisschen von Borderlands 3 gesehen und ich muss sagen... Ich glaube, wenn ich rausfinden will, ob mir Borderlands 3 gefällt, spiele ich einfach nochmal Borderlands 2. Das ist es einfach... Ich sehe den Unterschied nicht. Außer, dass es ein bisschen mehr... Ein bisschen schärfer wirkt. Also wenn man mit Englisch nicht so schön sagt, ein bisschen mehr crisp, aber... Weiß ich nicht. Ich glaube das Problem an Borderlands ist auch einfach, dass äh... Ich glaube Borderlands musste einfach mit mehreren Leuten spielen. Ich glaube das Spiel carried sich nicht selber. Äh, je nach. Hoffentlich. Glaub ich. Und dann... We hot ketchup. We hot ketchup. We hot ketchup. Also normales Borderlands. Das ist dann also äh... milder ketchup. Borderlands 2 ist normaler ketchup. Und äh... Borderlands 3 ist hot ketchup. das macht vollkommen sind effekt ist super geil aber auch ein bisschen wo hat er gerade aus? Don't bully the fairy? würde ich nicht tun hatte ich nicht eben auf Dings gewechselt? Hähnchenmorphose oh so ging es ok au das Ding habe ich nicht mal gesehen komm her ach come on die haben ja auch keine Lust mehr was war noch mal rote Räume? Rote Räume waren safe Räume? glaube ich zumindest ok von mir aus einfach nur nach rechts natürlich muss er jetzt irgendwas trocken warum macht Bunny so viel schaden? das ist absolut crazy so jetzt müsste ich in dieser komischen Passage sein naja wo die Bunny waren achja und Wufi da da hör auf geh weg da 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 noch einer ich hätte gerne das Scherben Upgrade davon au bevor ich heute irgendwo ankomme scherbe ich erst mal dreimal bei Gründe ok das heißt jetzt kann ich hier durch ja? warum auch immer das Ding Zug hat ah cool du schon wieder oh bitte sag mit ich das ist ein Fight bitte nicht der Typ verätzen dann du sollst nicht überhaupt kommen aber unser Clash muss warten danke Snake danke oh dieser Train ich werde dich schnell aufhören ganz ehrlich ich bin hin und her gerissen und ich meine es sieht nicht schlecht aus aber es erinnert mich halt wie du gesagt hattest schon eher an Castlevania als an äh als an Dark Souls es ist halt so ein Pseudo-Dark Souls-Theme so what? ah I don't know ich weiß es noch nicht ich mache jetzt erstmal Platz den Kärz bevor ich irgendetwas anderes anfange aber es gibt eine Umgebung die ich nicht durchgeheben kann wegen der Sorcerer die es braucht ah es ist so passiert dass ich auch ein Business hinterher habe das bedeutet dass wir eine Truss haben? für jetzt was was er ist einfach zu cool und was ist das bitte für ein crazy Schloss wo äh oh mein Gott das ist timed why is this timed? oh das erinnert mich so sehr an die äh Passage aus oh mein Gott wie hieß es? Ritual of the Moon? ich glaub das war das erste Level oh Gott darf ich bitte dich spielen? du siehst viel cooler aus obwohl du kannst keine Scherben absorbieren ja du machst hier auch nur 275 Schaden willst du mich verarschen? da gab es nur einen Zug? ja ganz am Anfang miriam get on this train miriam get on this train ja dann lass dir doch einfach da stehen war das ganz am Ende? ja du killst da schon alles nicht? geh mal looten nice level up what the? oh was gebt ihr? fliegende deutsche yeah dude der macht viel zu viel Schaden der Typ miriam get this open ich muss mich auch nur rumkommandieren miriam tu das miriam tu dies das ist ein Bossfight oh mein Gott es ist derselbe Boss dein ernst what the fuck is wrong with you? ich hab meine Strategie ich weiß nicht was der dahinten macht warum funktioniert das? das ist so dumm jump du? jump ja man müsste eigentlich die Soundfile durch den nach Ninja Jump ersetzen Oh mein Gott, so lange da wucht mein Fingerlarm, ey. Was gibt der mir? Hammerknöchel, schwingt eine massive Faust in die vorgegebene Richtung. You did all the work, ey, er macht halt gar nichts. Das eigentliche krasse ist, warum zum Geier hat dieses Schloss den eigenen Zug? Ich behalte das Bunny Outfit in Cutscenes? Wait a second. Interessant. Oh nein, ich hab kein Mana mehr. Das Bunny Outfit ist abgelaufen. Ich konnte doch gerade hier irgendwas... Zug betreten. Achso, nee, nee. Achso, der steht da im Hintergrund. Oh, warte. What? Willst du von mir? Oh, Böp. So. Warum habe ich gerade keine andere Sch- Oh mein Gott ich habe keine Oh mein Gott ist das so viel Shit Ich habe nicht genug Mana für den Platscher. Doch habe ich. Hä? Okay ihr seid Tanki Ihr seid extrem Tanki. Safe for? Gut. Ich bin echt ein Überlegen wie maybe die Bunny Form zu farmen weil das ist so viel damage das das Ding macht. Ich mein zum Vergleich ja mit meinem. Der Morgenstern ist da ne. Der Morgenstern macht 38 Schaden ja im Vergleich. Bunny Girl Mach 33. Und das ist erst die erste Form. Also die Level 1 Scherber. Oh ich mach auch so 33 Schaden okay. Hab ich da keinen Move für? Ne noch nicht okay. Mein normaler Kick macht halt 4. Was ist hier mit? Warum ist hier keine Musik? Das ist so weird. Geh weg. Geh weg. Vielleicht brauche ich auch einfach mal eine bessere Wache. Oh ein Zauberlabor. Das ist ein bisschen okay. Ich mein ich habe eh Schwert vor zwei Wochen ausgerüstet oder? Ja Schwert können sonst habe ich nämlich nichts. Habe ich kein gutes Schwert? Was suche ich denn? Irgendwas mit mindestens 20 Angriffs. Ein Großschwert mit 39. Gucken wir doch mal. Ah 61 Damage ist ziemlich okay. Das Ding ist halt bevor die Attacke mal draußen ist ist halt Wochenende. Oh du kannst das chargen? Oh das ist warum. Okay. Was machst du hier? Wie kommt die hier hin? Ich bin gerade mit dem Zug gefahren. Die eigentliche Frage ist, wie kommt die hier hin ohne mit demselben Zug gefahren zu sein? Ist ja auch kein Wunder ich zeig mehr Haut als du. Wenn du ihn wieder sehen möchtest, würdest du ihn fragen, um ihn zurück zu mir zu informieren? Alles klar. Alfred könnte auf jeden von uns einen von uns auf jeden Fall springen. Ich hoffe, dass Zangetsu seine Prioritäten direkt bekommt. Danke Miriam. Und bleib dir sicher. Keine hinterfragen warum die hier rumeiert? Nö. Warum auch? Ich hasse Fröche. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal unten um. Genau wegen sowas. Kann man hier hoch? Nee, kannst du nicht. Oder kannst du sie zerschlagen? Nee. Okay. Okay. Die eigentliche Frage ist, was ist hier oben? Irgendwas, wo ich nicht hinkomme. Nee, kann ich nicht. Okay. Ein Wandsprung wenn er ist. What the fuck. Hallo Sonic. du ist hier oben. You're fucking kidding me. Okay. Wat? Geh weg mit deinem Laser Dildo. Geh weg mit deinem Laser Dildo. Okay. Geh weg mit deinem Laser Dildo. Au. Gott, Bunny macht so viel Schaden, das ist crazy. Wow. Ja, mach mal, ich chill hier ein bisschen. Ja, come on. Habe ich noch Heilpots? Ja, ich habe noch einen. Bleib doch einfach stehen. Oh mein. Okay. Oh nein, geh weg. Das sieht so creepy aus. Ich hasse ihn. Kann ich einfach mal stehen bleiben? Wie, diesmal kommst du nicht zu mir? Oh. Natürlich. Oh, leg mich doch. Komm her. Was? Ich sehe dich nicht, weil du außerhalb des Screens bist. 90% der Zeit. Geht doch. Bescheuert. Oh. Reflektorstrahl, bewege dich wie ein Lichtstrahl. Oh. 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 Oh, ist der hier drin? Wie bewege ich mich dann? Ja und wie löse ich das aus? Ah, okay, gut. Interessant. Mir kommen so zwei, drei Ecken in den Sinn, wo das nützlich sein könnte. Oh, ich wäre so gut, wenn Loyalty-Ups und Level-Ups halt fucking Leben geben würden, aber das hier ist eh in full here. Als ob ich dich nicht ge... Du scheiß Fee, Alter. Komm her. Dein Ernst. Gut, das soll aber geredet haben. Gut.